Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Kurznachricht. Es wurde nämlich das Bild vom ersten richtigen Set vom neuen Batman-Versuperman-Film herausgegeben. Das Bild zeigt uns halt den Tumblr, wie auch im Film vorkommen soll, da wurde auch schon ein Bild herausgegeben, und Batman. Also erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich den Tumblr generell einfach nicht cool finde. Ich finde, der sieht bei The Dark Knight-Trilogie viel cooler aus. Und dann finde ich auch den Batman, also von Lego jetzt, einfach nicht gut umgesetzt. Ich finde diese ganz kurzen Ohren, dieser runde Kopf, dazu noch diese runde Fledermaus auf der Brust. Ich finde, der sieht irgendwie aus wie ein kleiner Kinder-Batman. Also der ist überhaupt nicht bedrohlich, wie er halt so ja eigentlich wirken soll, sondern so ein bisschen lächerlich irgendwie. Also finde ich, keine Ahnung. Naja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Wie gesagt, ich finde den ein bisschen sehr kindgerecht, um das so zu sagen. Na gut, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Wenn nicht, dann lasst es, schreibt aber dann auch warum. Und dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.